Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved. Wir sind in einer großen, netten Ruine und suchen noch ein paar Gänge, wo wir noch nicht waren. Wir haben recht viel gefunden, tolle Sachen. Und ja, gehen mal hier rein. So, tolle. In diese Richtung ist nichts. Da ist die Brücke, die wir gemacht haben und das Portal. Dann in die andere Richtung. Da sind zwei Sättel. Eisenpferderüstung. Hier ist auch eine Eisenpferderüstung. Wieso nur Eisenpferderüstung? Gibt doch auch Diamantre und Gorbe. Hm. Also die Spaw-Meg-Möglichkeiten sind auch da. Für die anderen zwei. Besserung. Hm. Geh weg, sonst taue ich dich. Deine Kollegen haben sowieso keine Chance mich zu töten. Ja. Gehen wir noch in die andere nette Festung. Oh ja. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Was ist das? Eine Ratte. Okay. So, hier oben waren wir schon, ja. Ähm. Ja, dann ist die Ruine, denke ich mal, fertig. Hm. Hm. Also wir waren, ähm, wir waren, wohin? Oh Gott, oh Gott. Waren wir hier oben? Ich glaube, wir waren hier oben. Hey. Du böses Tier. Hm. Ich weiß nicht, wo wir hier zurück müssen. Hm. Aber das finden wir schon. Ah, das sind Dornen. Ich glaube, hier unten, oder? Wir sind hier rausgekommen. Ah ja. Wir sind hier rausgekommen. Jetzt hier rausgekommen. Gut, dann müssen wir hier nach vorne. Und dann hier rein, oder? Nehmen wir noch ein paar Bäume mit. Das sind nämlich Höllenbäume. Höllenrindenbäume. Diesen Pilz können wir einfach mitnehmen. Gebt die eigentlich Setzlinge? Was, eine Tomate? Eine Persimone. Hm. So. Gut. Da noch. Die zwei. Jetzt haben wir uns jetzt. Gut. Dann, ähm. Das sind Fliegenpilze. Nehmen wir hier nicht den Rack weg. Und das ist da auch noch ein Stamm. So. Ja, die lassen wir jetzt. Zwei haben wir. Ja. Drei. Gut. Vier. Gut, gut. Gut. Also, wo haben wir jetzt den Ausgang? So. Da oben. Weiß nicht. Irgendwie hier. Denk ich jetzt mal. Oder hier. Genau. Genau. Wo haben wir hier den Wetter? Nirgendwo. Mann, ich will in die Bienenwabereien. Da gibt es nämlich immer einen Schatz drin. Oh Gott. Wovon du hast? Wird das Unherd? Du warst ja noch nie in der normalen Welt. Ja, okay. Wenn, wenn, ähm. Vögel spawnen können, dann können auch Dings spawnen. Hühner. Hm. Von oben. Und wo sind wir gekommen? Ja, ja. So. Wo ist die Brücke? Doch oben dran. Ja, wir sind von oben gekommen. Okay. Jetzt hört mal auf. Blödes Vieh. Stinkiges, dummes Garstvieh. So. Was ist das? Was? Ja. Ding. Eine Ratte. Was ist denn los? Geh weg. Mistvieh. Du bist ein dummes Wiesvieh. Noch eins. Sonst ist es die gleiche. Ich hab keine. Ich schrabe mich jetzt hier rein und warte bis es weg ist. So. Ich bin kurz außer Atmen. Ha. Oh je. Dummes Vieh. Wunderbar. 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 Hat er sich teleportiert? Schreckliches, dummes Vieh. Wunderbar. 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 Wie? Hat er sich teleportiert? Schreckliches, dummes Vieh. Wunderbar. Noch eins. Wo sind die runter? Da. Da. Ok, gut, dass die so blöd sind. So. Zeilen. Dann geht's weiter. So ein Portal runter. Ah, so um den Bogen verzaubern für die Halle. Ich muss noch kurz den ablenken, sonst macht er das Portal kaputt. Mal schauen, er geht rüber. Das ist doch nicht der einzige. Ich muss schauen, dass er... Das wir einfach schnell weggehen. Mal schauen. Mal schauen. Mal denken, ich verliere wieder alles. Weil im Nerven verlierst du einfach alles. Aber du stirbst so, dass du die Items nicht verlierst. Aber... Ja. Und ihr wirst, wie die Items wegspicken. Also... Ja. Schlimm. Das ist schlimm. So. Machen wir einen Persimonenbaum. Wenn das geht. Kann man keine machen. Uh. Aber man kann Mulch draus machen. Okay. Ja. Ich dachte, die wachsen an Bäumen. Dann... Vielleicht müssen wir einen Persimonenbaum finden. Und ihn dann füllen. Jo. So. Alles. Dann. Geht nicht rein. Ähm. Den Tintenfisch raus. Fliegen. Den Fliegenpitz. Ja, die kann ich auch hier oben machen. So. Ähm. Ja, dann ist hier nicht... Fliegenpitz. Den Tintenfisch mache ich hier oben rein. So. Ja, bald haben wir ein Lager. Könnten wir eigentlich als erstes machen. So. Das hier. Den hier rein. Hm. So. Oh. Ja. Schlecht. Müssen doch noch eine Truhe machen. Dann machen wir auch die verbesserten Truhen. Und, ähm. Und, ähm. Hm. Das wollte ich sagen. Also. Das ist mein Tisch. Ja. Gibt eigentlich nichts anderes. Die Rucksäcke müssen wir noch machen. Gut. Ähm. Schauen wir mal. Back of Holding könnten wir zuerst mal machen. Aber den gibt's. Oder. Da heißt irgendwie. Gold. Wie heißt der auf Deutsch? Oder gibt's denn nicht? Ich hab doch den Mod installiert. Nein. Sprache. Englisch. Hm. Gut. Back. Ja. Da ist er. Einen Diamanten. Was sind das für Blöcke? Lol. Okay. Ist das neu? Die Flügel möchte ich ja auch mal wissen. Die kann man nicht kräften. Aber es gibt noch andere Flügel. Schau ich dann auch noch nach. Wolle. Chest. Gehen wir kurz Wolle holen. Hm. Ja. Der Goldenberg of Holding ist cool. Der schützt glaube ich ja auch die Ereignisse. So das. Ich muss hier noch ein bisschen essen. Ich gebe noch ein paar Essen. Denen. Denen. So. Die zwei noch. Die nockten Schafe. Schafe des nockten. Des nockten Balls. So. Ja. Die Weizenkörner habe ich jetzt gar nicht hier. Ja. Können die Höhlen doch waren. Heh. Verhungernes. Wir haben doch Gold gegossen. Wo ist das Gold hin? Da. Ähm. Einen Diamanten und eine Kiste. Diamanten. Und eine Kiste. So. Und schauen wir mal. Wir haben das Ding nicht. Das Plugin nicht zum Autokräften. Ähm. Ja. Ich muss mal kurz schauen. So geht das. Glaub ich oben. Die waren hier drüben. Diamanten. Nein. Hä. Diamant war in der Mitte. Das fehlt jetzt noch. Oder was ist falsch? Ah. Block of Gold. Sogar noch. Ja. Da müssen wir alles kurz weg machen. Das ist ein Goldblock. 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 Kiste. Diamanten. Gold. So. Endlich. Toll. 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 Das Läden machen wir hier hin. Die Nötte wachsen können wir für diese Maus. Raue. Äh. Rohe Ratte. Die Rohe Ratte. So. Ja. Dann. Müssen wir sie jetzt rausnehmen. Kaktus. Das ist keine Pflanze. Ähm. Da. Ja. Meine Platte ist auch kein. Keine Pflanze. So. Ja. Meine Platte ist auch kein. Keine Pflanze. So. Der Pad ist bald vorüber. So. Ähm. Was werden wir noch machen? Ja. Ein bisschen Weizen für die Tiere ernten. So. Anpflanzen. Dann geht's weiter. Ähm. Hier noch ein bisschen. Ja. Der Rest muss ich jetzt nicht ernten. Ähm. Was ist das? Das ist Korn. Aha. Was ist das? Das ist Korn. Aha. Was ist das? Drei. Ähm. Das Korn. Ähm. Wir haben wahrscheinlich keine Samen hier drin. Einen Grasgarten habe ich noch. Können wir das noch ernten? Ich habe wieder ein. Nein. Das ist wieder drei. Barley. Korn. Hier. Ein Korn. Gibt gutes Essen. Gibt gutes Essen. Ja. Dann. Gehen wir zu der Weide. Und tun die Hühner noch verfehlfältigen. So. Wo seid ihr? Hühnchen? Gibt es irgendwo Hühnchen? Chicken Nuggets? So. Ähm. Der Server kommt bald und da es dann auch moderne Sachen gibt, kann ja jemand eine Chicken Nuggets Fabrik machen. Ja. Also ich freue mich riesig auf den Zerr. Aber ich habe das Geld noch nicht dazu. Ich brauche eine Spende. Nein, nein. Ich muss einfach ein bisschen warten bis ich wieder Geld habe. So. Machen wir das noch. Hier. Die Kohle weg. So. Der nächste Part wird dann der Baupart. Ähm. Machen wir zuerst den Keller. Und ich könnte den Keller mal aushöhlen. Das werde ich mal machen. So. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Schauen. Tschüss.